so jetzt bin ich wieder hier also eigentlich immer noch hier und ja so benutze L um den Kran Uhrzeigersinn zu drehen genau ich muss halt da jetzt das Ding hochnähen hier kann ich das Ding bewegen Moment benutze L um ja 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 Moment nein hier bewege ich das Ding so da rüber jetzt geht es runter Oua Opsala das war wohl ein Tick daneben oder was äh äh boah alter vielleicht so anhaken ahja so nach oben so sieht aus als würde das reichen und dann soll ich das nach oben liefern irgendwo hin oder was wobei ich da oben keine markierungen sehe ha drücke links um die Kamera schnell auswärts zu öffnen und dann Orbit Haken Kamera und meine Maschine wechselt auf die Haken Kamera ich habe die Haken Kamera ausgewählt hake den Beton Kübel an dann prioniere ich hier vor den Haken ähm ähm Aufgabe abgeschlossen wechseln den Beton Mixer drücke Dreieck und wähle über L1 R1 den Betonguss aus an diesem drücke Quadrat gut gut Beton Kübel dann Quadrat Betonguss ein aus was der Behälter ist leer ja ja Moment so Info das ist nur hier Betonkülbel äh Betonkülbel Ich halte doch A A A Nein nicht die Karte ich hab doch gewechselt wechsel in den Betonwixer drücke Dreieck und wähle über L ein du bist ja lustig alter Mann so und es ist nur das hier markiert benötigt Haken Wagen so ja und ich geh mal da oben auf erb oder so oder nee warte mal vielleicht kann ich das Ding ja voll machen da hat er zwar nicht gesagt da stand da ja nichts so Moment ähm Transportbereich nee nee Betonmixer besser Mixer äh jetzt dreht ich das Ding also jetzt muss ich da in dem Bereich fahren aber Moment so ne fahr ich ja rückwärts das Ding ist da hinten warte mal ok abgeflossen wir sollten ja Moment jetzt muss ich erstmal wieder hier kann ja auch in den Betonkübel äh nein hä ich hab den Kübel ausprobiert nicht den Wagen du Eimer äh Mann ey dann mach ich das eben so so Moment das Ding ist auf dieser Seite dann hol ich das Ding hier rüber setz das Ding hier vorne ab so Kamera, Kamera, Kamera da geht es nicht dichter Moment äh befestigen äh ok irgendwie in den Betonkübel dann mach ich das halt so ähm warte mal noch irgendwie warte mal noch irgendwie hopp 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 so jetzt muss ich mal gucken da hab ich nur die zwei Möglichkeiten auf und runter da hab ich nur die zwei Möglichkeiten auf und runter Ähm... Hm. Oh, besser geht's nicht. Letzten. Was denn geht hinten? Ja. Mhm. Warte mal. Hinten. So... Aber es muss auch irgendwie runter oder sowas. Und jetzt sehe ich das hier. Äh, ein Aufmerksamkeit. auto schalten halt 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 da geht nur das Nein. Okay. Ach, jetzt soll ich da wieder hin zum... Moment. Erweiterung, zurücksetzen, nein. Äh, nee. Das Ding war davon aus. Wechsel in den... Ja, ich war davon im Kram, du Heini. So lange du keine Betonpumpe besitzt, bündigst du einen Gran mit einem Betonkübel, um die Aufgabe zu erfüllen. Den Betonkübel kannst du beim Baustoffhändler kaufen. Um den Gießvorgang zu starten, drücke Dreieck, wähle den Betonkübel mit dem Hang, öffne den mit 3... Der Quadrat. Ja, gut. Ähm. Puh, man. Ja, gut, gut, gut. Ja, gut. Ja, gut, gut. Ja, gut. Ja, gut. da rüber so und ja Fahrtakt zu respekt? Nein. Äh, abladen. Ah. Tonkeres. Das ist ja nur das. Ne, dann zeigt er das denn an. Und nun? Dreieck habe ich gemacht. Dreieck, Viereck. Gieße Beton in die vorbereiteten Elemente. Das ist ja da oben, da brauche ich doch keinen Wegpunkt setzen. Hallo? Zeig. Äh, also. Drücke Dreieck, wähle den Betonkübel aus. So. Betonkübel. Ist nur das hier oben. Das ist doch merkwürdig. Hier bewege ich ja den Geram wieder. Äh. Das ist merkwürdig. Oh, geht's ja auch nicht. So, Betonkübel. Den kann ich aber nicht leeren. Merkwürdig. Äh. 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 Guck mal. Hä? Das ist merkwürdig. Okay. Ähm. Da kann ich das Ding nur drehen, aber... Wie soll ich das denn jetzt leer machen? Hä? Moment. Ach, der muss in der Luft hängen oder was? Ah ja. Gut, hab aber sowas noch nie gemacht. Das hat er doch nicht gesagt, dass er in der Luft hängen soll. Das muss alles selber herausfinden, ey. Momente, fällt da irgendwie... Okay. So, Aufgabe abgeflossen. Ähm. Betonkübel. Beenden. Saubere Arme... Na ja, gut. War nicht ganz so sauber, aber immerhin. Ähm. Okay. Hab ich Spaß gemacht. Ja, toll, ne? Freu mich schon auf den nächsten Lehrgang. So. Okay. Dann würde ich sagen, das war's erstmal für heute, in dieser Folge. Und dann geht's nächstes Mal flassig weiter. Bis dahin macht's gut und... Arbeite nicht so viel, ne? Bye, bye.